Okay, ich nenne diesen Titel noch 30 Minuten. 30 Minuten. Okay, okay, damit kann ich leben, äh, äh, scheiß, what's, oh, äh, whoops, what's, scheiß, what's, äh, ich find das auch super. Ja, voll, 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 voll cool von Kim, die schreibt, ist super, das ist voll cool. Was, warum, 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 warum nimmst du denn nie das an? Ja, juhu, ach man, hier, voll die coole, denn ich heiße Pink Fluffy Unicorn. Oh je. Ich glaub, ich darf echt nur noch abends aufnehmen. Ich glaub, das war zu viel Energie irgendwie. Hä, ich hab dir doch eigentlich zurückgeschrieben, Michael, äh, kam bei dir irgendwie nie nochmal was an. Das find ich dann aber sehr merkwürdig. Dann schreib ich dir nochmal, okay, dann tut es mir irgendwie echt leid, aber eigentlich hab ich dir wirklich zurückgeschrieben. Das ist ja sehr, äh, skurril, äh, nein, ich möchte das hier. Oh, Entschuldigung, Kim. Oh, jetzt werd ich angemeckert, weil ich es auch noch falsch ausgesprochen hab. Mann, oh. Dass man meine Lache eigentlich so toll finden kann, ey, das, das hätte ich niemals gedacht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaub, diese Lache kann auch nie jemand anderes nachmachen. Das ist, glaub ich, so. Ja. Auf alle Fälle, oder? Nein, ich hab mich leider nicht unterhalten. Mein PC rendert leider noch. Oh. Äh, ah ja, hier, wir können ja hier wieder einen Korsus hier besuchen. Obwohl, ist er eh, äh, ist er eh gleich fertig. Naja, na, könnte ja besser sein, ne? Ja, genau, immer freitags und dann bis, bis 0 Uhr. Hätt ich dazu, ja, dazu hätt ich schon mal. Dazu eigentlich auch, aber hey. Okay, ähm, nochmal einen Titel. Wer hat einen Titel für mich? Wer möchte einen Titel mir geben? Ja, gut, das, das kann natürlich sein. Da geb ich dir wahrscheinlich recht, Kim. Was ist das für einen Titel? Okay, das nehm ich jetzt mal als Titel, ja. Äh, ha, so. 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 Dann nochmal wieder so. So, so. Ein, zwei. Das hier ist leuchtet mein, mein, mein drittes. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Und dann nochmal. Ein, zwei, drei, vier. Ein, zwei, drei, vier. Okay, okay. Achso, oh, oh, äh. Äh, oh, jetzt wird's, jetzt wird's kompliziert. Jetzt wird's hier, ne, äh, so. Dann, P. Dann, dat. Dann, dat. Und dann, das. Oh, Kim hatte auch einen guten Titel. Oh, jetzt hab ich den mal von Michael genommen. Ich weiß nur nicht, ob von Michael eigentlich das gewollt war, dass das eigentlich ein Titel sein soll. Ja, deinen Titel nehm ich auch nochmal gleich. Wir haben doch noch ein bisschen Zeit, Leute. Wir machen gleich noch ein Video hinterher, sozusagen, und dann nehm ich deinen Titel, Kim, okay? Ach, das ist schon mal ein cooler Titel. Wer hat schon so einen Titel? Ganz im Ernst. Wer würde so einen Titel zu seinem Video machen? Das wäre doch mal wirklich der Wahnsinn. Also, wer das mal wirklich bringen würde, ne, also, der hat wirklich ein Kompliment verdient dann. Ja, richtig. Beim nächsten Video. Äh. Oh, nee, tut mir leid. Ich hab leider keine Zeit. Okay, äh. Gut, wir gehen einmal kurz schlafen dafür. Danach vielleicht einmal kurz den Kursus. So, das ist ja auch eh dann bald fertig. Und dann können wir eigentlich hier schon mal das Spiel auswählen, sagen. Und dann machen wir hier das Spiel nochmal. So, wir enden schon mal. Ach, das ist doch vor allem richtig gut hier. Oh, Entschuldigung. Falls man das gehört hat. Äh. Ich hab auch einen im Kopf. Okay. Brauche... Brauche... Klicks... Bitte anklicken. Oh, wirklich ein cooler Titel. Oh, Schlitze, das ist auch ein guter Kommentar. Äh, äh, Titel. Kein Kommentar, Titel. Ich weiß es gar nicht, was ist, wenn man das eigentlich wirklich mal bei YouTube einfach wirklich diese Sachen einfach mal da oben reinschreibt? Würde es wahrscheinlich gut ankommen oder würden wirklich irgendwelche Leute so, würde ich so sagen, so, der finde ich voll doof. Vor allem die, die mich auch anschauen und mich abonniert haben oder so, was würdet ihr dann von halten und denken? Würdet ihr wirklich dann so zu denken, so, oh Gott, jetzt hat sie doch ein Rad abmalen, ne, also, das kann sie doch nicht bringen. Oder würde ich so sagen, so, oh Gott, ne, finde ich eigentlich nie nochmal cool, finde ich nie nochmal schön. Ah, ich glaube, ich glaube, sowas würde ich doch, doch niemals das machen. Ich glaube, dafür bin ich, dafür bin ich einfach viel zu schüchtern. Okay, äh, sie braucht nochmal wieder was zu essen. Wee, da. Und danach den Kursus hier nochmal. Und dann den Kursus hier nochmal. Ja. 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 Ja.